Eine Sache muss man über Dana White ja wirklich sagen. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen. Aber wenn er dich mag, dann deckt er dir den Rücken. Und das auch auf eine echt krasse Art und Weise. Und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Dana White war in einem Podcast zu Gast, in einer Show. Und wurde dort auf eine Story angesprochen. Das finde ich ja so bemerkenswert. Es war ja nicht mal Dana, der das rausposaunt hat, der hat das im Hintergrund gemacht. Und naja, irgendwann kommen die Geschichten halt raus. Es war aber nicht Dana, der allen erzählt hat. Guck mal, guck mal, was ist also passiert. 2022 hatte Joe Rogan ein paar Probleme. Ja, ein paar Probleme mit, ich weiß nicht, Mainstream-Media, wenn man so will. Ja, Marken haben sich von ihm distanziert. Und Joe Rogan ist natürlich einer der größten Podcaster. Ich glaube, der größte Podcaster der Welt. Ja, bei dem läuft es so richtig. Er hat aber scheinbar ein paar Mal in seinem Podcast das N-Wort gesagt. Daraus wurden ein paar Szenen rausgeschnitten, auf Social Media veröffentlicht. Und dann gab es natürlich noch die Pandemie vor vier Jahren ist das her. Aber gut, die ging halt auch drei Jahre lang. Und damals soll Joe Rogan scheinbar auch nicht die schlauesten Dinge gesagt haben, kontroverse Dinge. Ich erinnere mich damals, als Kobe Covington gegen Usman gekämpft hat, dass Covington irgendwas gesagt hat von wegen, Hey Joe, schön, dass du wieder da bist. Scheiß auf Cancel Culture. Dich kann man nicht canceln. Und vor allem einer hat dafür gesorgt, dass man Joe Rogan in der UFC nicht canceln kann. Und das ist Big Boss Dana White. Denn eine Sache müsst ihr ja verstehen. Dana hat immer noch einen Eigentümer. Also nicht Dana, sondern die UFC hat einen Eigentümer. Es gibt einen echten Big Boss der UFC. Es gibt den Big Boss vom Big Boss. Und man ist natürlich daran interessiert, dass man ein relativ reines Image hat. So war es 2020, dass Disney mutmaßlich, angeblich, vermutlich, versteht ihr schon, dass Disney der UFC verboten hat, mitten in der Pandemie zu veranstalten. Und die UFC deshalb ihr erstes Event, als ja hier Rona ausgebrochen ist, ein bisschen verschieben mussten. Trotzdem waren die UFC die Ersten. Sie wären aber noch früher dran gewesen. Hätte man es ihnen nicht anders gesagt. Und das zeigt schon, man hat da ein Auge drauf, was in der UFC passiert. Und wenn ein kontroverser Charakter wie Joe Rogan dabei ist, dann hat man auch ein Auge auf ihn. Aber Dana White stellte hinter den Kulissen eine Sache klar. Wenn Joe Rogan gekickt wird, dann ist er raus. Ohne zu zögern. Also Dana hat gesagt, wenn ihr Joe Rogan rausschmeißt, dann bin ich auch weg. Und das finde ich wirklich eine bemerkenswerte Geschichte. Ja, das finde ich bemerkenswert. Vor allem, wie gesagt, dass Dana damit nicht posaunt. Und man kann von ihm wirklich halten, was man will. Und er macht vielleicht nicht alles falsch. Aber der Typ macht wirklich heftig viel richtig. Und ich mag es nicht, immer nur drüber zu urteilen, Fighter, Pay und Co. Dana White wirkt mir schon wie ein ziemlich loyaler Typ. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Gegenteil ist halt doppelt so eklig. Wenn er dich mag, dann stärkt er dir den Rücken. Und das auch so wie kaum ein anderer. Ich meine, dass Dana für Joe Rogan sagt, wenn ihr den rausschmeißt, ich verpisse mich sofort, das ist wirklich heftig. Aber wenn Dana dich nicht mag, dann hast du halt leider auch wirklich die dicke Arschkarte gezogen. Muss man natürlich auch dazu sagen. Aber Leute, krasse Geschichte, wollte ich mit euch teilen. Habt ihr Dana so eingeschätzt, dass er so auch hinter Joe Rogan steht? Schreibt mir eure Meinung gerne unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.